Ich habe auf meinem Wagen für alle Anlässe Ware, also wirklich für alles. Und ich stand mit einer langjährigen Kundin in der Küche, dann kam der kleine Sohn, weinend in die Küche gerannt, Westenstich. Die Mutter wollte die Eiswürfel nehmen zum Kühlen und ich habe dann nur gesagt, Moment, ich habe da was Besseres im Sortiment. Bin dann zu meinem Auto, habe dann den Beutel Zwiebelwürfel geholt und habe den auf den Tisch gelegt und gesagt, das ist ein Rezept von meiner Ohroma. Den kleinen Jungen habe ich dann erzählt, das wären Zauberwürfel, ging es aua. Ich habe ihnen das dann nur draufgehalten und dann war auch gleich wieder alles gut und er lächelte mich sofort wieder an. Ich besuche die Familie immer noch und die haben jetzt natürlich immer die Zauberwürfel im Haus und mit den Zauberwürfeln kann man natürlich auch einen ganz leckeren Wurstsalat machen.